Das verlassene Kraftwerk in Ungarn. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Mein Name ist Carsten und wir sind extra für euch nach Ungarn geflogen, um uns dieses verlassene Kraftwerk anzuschauen. Angekommen im Kontrollraum kamen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Aber seht selbst, dieses Kraftwerk wird streng überwacht von Securities mit Waffen und Hunden. Doch wir haben es irgendwie trotzdem hineingeschafft. Das komplette Abenteuer gibt es in voller Länge ab sofort auf meinem YouTube-Kanal. Folge mir für weitere Abenteuer und lass ein Like da. Bis dahin.